Ich meine, es hört sich ja immer so albern an, wenn ältere Leute so sagen, das ist heute so schlimm. Aber ich finde diese ganze Internetscheiße wirklich schlimm. Guck mal, ich bin ja auch eigentlich damit aufgewachsen und ich finde es auch, ich finde es so schlimm. Also, klar, das eröffnet viele Wege, aber es bringt mir so viel Schlechtes. Wenn man es einfach, wenn ich auf den Knopf drücken könnte und ich könnte auf den Knopf drücken und könnte das Internet jetzt abschaffen für alle, ich würde es nicht sofort drücken. Du machst was und eine Minute später ist es im Internet und dann geht es um die ganze Welt und jeder darf es kommentieren, jeder kann es verurteilen, jeder macht sich da eine Meinung drüber. Und da wird sowas kaputt gemacht. Da geht so ein Zauber weg und so eine Magie, die du dir dabei denkst, weil alle das sofort zerstören und überall Leute sofort ihren Kommentar hinterlassen und das beschmutzt. Also ich möchte auch dieses Googeln, so gut wie so eine Welt es ist. Aber auch diese ganze Wertschätzung von allen Produkten, von Magazinen, von was auch immer, Bücher, Mode, Musik, Filme, das ist alles nicht mehr da, weil du kriegst es alles. Du kriegst es einen Klick. Wir haben keine Nerven mehr.